Wenn der Kameramann mal mindestens so athletisch ist wie ein waschechter Sportler, dann hat er das Zeug oder haben die Bilder das Zeug, viral zu gehen. Dieser College-Student links im Bild in der nordchinesischen Datong-Universität läuft den beim 100-Meter-Lauf antretenden Sportler, Athleten regelrecht davon. Weil er so ungewöhnlich schnell ist, ja, hat er den Hinterherlaufenden einfach mal die Show gestohlen ein wenig. Vielen Dank.